Beim Radfahren lernt man ein Land am besten kennen, weil man dessen Hügel emporschwitzt und sie dann wieder hinuntersaust. Diese Art zu reisen ist es, die uns so in ihren Bann gezogen hat. Wir sind ein junges Grazer Startup. Wir entwickeln eine App und Webplattform, die allen Menschen das Radreisen vereinfacht. Cyclebee ist für jeden von euch. Beim Radfahren erlebe ich jeden Tag des Urlaubs als etwas Besonderes. So vollkommen im hier und jetzt. Als Mutter empfinde ich die unternehmerische Verantwortung, einen Beitrag zu einer nachhaltigen Lebensweise zu leisten. Für meine Kinder, für unsere Kinder. Ich bin oft in den Niederlanden unterwegs und möchte das Waugefühl beim Fahrradfahren auch in den deutschsprachigen Raum bringen. Radreisen ist für mich die Urlaubsform, die mich einfach total entspannt. Da komme ich komplett bei mir selber an und das möchte ich gerne weitergeben. Und für mich ist Radreisen der beste Weg, die Welt zu erkunden. Zusammengeführt haben uns fünf unsere oft mühsamen und ernüchternden Planungserfahrungen. Das Besondere an Cyclebee ist, dass du genau die Strecke bekommst, die zu dir und deiner Gruppe passt. Egal ob sportlich oder gemütlich oder ob du gerade mit dem E-Bike oder mit Kindern unterwegs bist. Außerdem wissen wir, dass ein Radurlaub nicht nur auf dem Rad stattfindet, sondern du auch erholsam übernachten möchtest und unterwegs etwas erleben willst. Das alles kannst du gleich in der App mit planen. Egal ob Hotel oder Campingplatz, Fast Food oder Restaurant, Museum oder Badestrand. Mit Cyclebee planst du so, wie es zu dir passt. Damit du und wir alle in Zukunft noch einfacher die Hügel emporschwitzen und wieder hinuntersausen können. Feierabend ist, dass alle die Menschen auch augepasst. Aus dem , warum es zu dir passt. Das ist es für uns Wellen. Das ist uns Kratzer mit Humor. Wir sind für uns Kratzer mit einem Kratzer. Wir sind für uns Kratzer mit einem Kratzer. Wir sind für uns Kratzer.